Der VW290 von Sony ist also eine wahre Bildmaschine. Für 3.990 Euro bekommen wir für kurze Zeit den Sony VW290ES. Und das ist der Einstieg in die Oberklasse der nativen 4K-DM. Was es mit dem Gerät auf sich hat, warum der so besonders ist und so eine echte Bildmaschine ist, zeige ich euch jetzt. Herzlich willkommen bei Heimkino Raum, eurem Fachhändler für Home-Entertainment-Lösungen, die begeistern. Tja, der Sony VW290ES, das ist ein nativer 4K-Beamer. Und das bedeutet, ihr habt immer zur gleichen Zeit die volle Pixelanzahl, also 8,3 Millionen Pixel auf der Leinwand. Und das bringt viele Vorteile in puncto Bildqualität, gerade in puncto Schärfe. Nicht nur, wenn ihr ein 4K-Bild, natives 4K-Bild streamt, zum Beispiel von Netflix oder von Disney, Amazon, Apple TV und so weiter oder eine Ultra HD Blu-Ray. Nein, das hat auch Riesenvorteile, wenn ihr andere Signale zuspielt. Das kann eine DVD oder eine Blu-Ray sein oder Sport zum Beispiel bei Fußball, denn dieser Projektor hat einen sogenannten X1-Bildprozessor integriert und das Ganze kombiniert mit der Reality Creation von Sony. Also ein Prozess, der das Bild hochrechnet auf diese native 4K-Auflösung und der macht das so gut wie kein anderer. Das könnt ihr zum Beispiel beim Fußball sehen. Ihr kennt das vielleicht vom Fernseher oder von anderen Projektoren. Ihr könnt die Trikot-Nummer gar nicht mehr richtig erkennen bei den Fußballspielern. Das Publikum, es sieht alles ein bisschen wischi-waschi aus. Das Gras ist so verschwommen. Das sieht hier ganz anders aus. Werden wir dann später im Bildtest uns auch nochmal genauer ansehen. Und dank seines niedrigen Input-Lags von 27 Millisekunden ist das auch ein prädestinierter Beamer für all diejenigen, die gerne zocken, in einer hohen Auflösung, also in 4K, mit einer tollen Bildqualität, eben ganz groß. Den Beamer gibt es in Schwarz und in Weiß. Sind beide super edel lackiert. Schwarz mit so einem leichten Metallic-Lack und der Weiße ist komplett dezent, ganz mattweiß. So trägt er auch nicht wirklich auf, wenn er an der Decke hängt. Die Anschlüsse befinden sich seitlich. Zwei HDMI-Eingänge, die natürlich voll 4K HDR fähig sind. Und es gibt auch noch einen Triggeranschluss. Damit könnt ihr eure Leinwand automatisch rauf- oder runterfahren lassen. Der Projektor eignet sich für die Tischprojektion, aber auch für die Deckenprojektion. Auf der Unterseite sind Gewinde angebracht. Da könnt ihr entsprechend euren Deckenhalter montieren. Achtet hierbei aber darauf, dass das ein robuster Deckenhalter ist. Ich empfehle euch den Armstrong Professional. Der ist nämlich extra hier für den Sony gemacht. Trägt den Projektor gut und lässt sich fein auf die Leinwand ausjustieren. Außerdem hat er einen sehr großen Landshift-Bereich. Das heißt, man kann das Bild auf Knopfdruck eben nach links, rechts, rauf oder runter verschieben. Und somit kann man den Projektor ja ganz flexibel auch außermittig im Raum positionieren. Egal, ob er dann im Regal steht oder eben ganz weit oben an der Decke hängt. Denn sogar eine Projektion von über der Bildoberkante ist hier möglich. Also hier ist man wirklich ganz flexibel und kann sich nach seinem Raum richten und nicht andersrum. Den VW290 gibt es bei uns mit der kostenlosen Heimkinderraum Edition. Das heißt, wir packen jedes Gerät für euch einzeln aus und checken das. Und wenn die Checkliste abgehakt ist und er alle Punkte bestanden hat, dann wird er sauber kalibriert. Und er wird eingestellt für Filme schauen am Abend, für Sport, auch bei heller Umgebung, für 3D und für Gaming. Und on top kriegt er von uns noch das HDR-Tuning mit dazu. Das heißt, der Projektor wird von uns optimiert für ein Maximum an Helligkeit bei HDR und für ein Maximum an Durchzeichnung. Ihr kennt das vielleicht, HDR sieht oft bei Projektoren einfach sehr dunkel aus. Der Projektor bietet aber die Möglichkeiten, das HDR von statisch auf dynamisch zu wandeln. Und mit den richtigen Parametern eingestellt, bekommt man hier ein Bild hin, das so viel Dynamik bietet. Gleichzeitig natürlich so einen tollen Schwarzwert, diese tolle Schärfe. Das sieht so sagenhaft gut aus. Und ich kann euch sagen, von der Helligkeit her, wir haben ja hier nur 1500 Lumen zur Verfügung. Bei HDR können wir aber so viel Helligkeit mobilisieren über diese Regler, dass der locker einen Beamer mit 2500 Lumen in der Puncto Helligkeit in die Tasche steckt. Das kann man auch live bei uns in einer Vorführung im Vergleich im Heimkino-Raum sehen. Das ist sehr lohnenswert. Und dann hat man eben diese unglaubliche Dynamik, diese leuchtenden Farben, diese leuchtenden Highlights, also diesen Punch in Bild. Das wirkt so plastisch, dass man schon fast den Eindruck hat, es ist so ein bisschen 3D-mäßig. Nativer Kontrast ist hier bei knapp 13.000 zu 1. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, damit man das besser versteht. Ein guter DLP-Projektor, der hat so einen nativen Kontrast von 1500 bis sagen wir mal 4000 zu 1. Und ihr seht also hier mit 13.000 zu 1 sind wir hier also sehr, sehr weit vorne mit dabei. Der Beamer überzeugt aber auch in SDR und zwar auch ganz besonders bei Bildquellen, die vielleicht eine DVD sind, eine Blu-Ray oder Fernsehmaterial. Denn dank des X1-Prozessors von Sony, der hier verbaut ist und der Reality Creation, also dem Upscale-Algorithmus, können wir hier alles an Material hochrechnen auf 4K. Und das sieht so unglaublich gut aus. Wir können das hier mal sehen an einem Beispiel Cleopatra. Das ist ja ein alter Film, der ist hier auf Blu-Ray und ihr seht, wie unglaublich viel Bildqualität man hier noch rausholen kann. Es wird also deutlich schärfer mit der Reality Creation. Der Projektor hat eine Datenbank hinterlegt und macht das ganze Upscaling objektbasiert. Der weiß also, wie sieht ein Gesicht aus, wie sieht ein Dach aus, wie sehen Haare aus. Der hat also ganz viele Texturen und Strukturen hinterlegt und nutzt das, um das Bild hochzurechnen. Ohne, dass Doppelkonturen entstehen, ohne, dass das Bild überschärft wirkt, ohne, dass man auch zu stark das Rauschen verstärkt. Also das funktioniert so sagenhaft gut, dass man am liebsten gleich seine alten DVDs und Blu-Rays ausgraben möchte und die Filme nochmal in einer ganz neuen Qualität erleben kann. Mit über 90% Farbraumabdeckung haben wir hier richtig intensive und leuchtende, brillante Farben, die aber nicht unnatürlich wirken, denn mit den richtigen Einstellungen bekommt man die hier wirklich auf den Punkt. Ihr habt also tolle, natürliche Hautfarben, aber trotzdem eben satte Grüntöne und ein leuchtendes Rot. Was der Sony richtig gut macht, das ist die Zwischenbildberechnung, Motionflow genannt hier bei Sony. Die Zwischenbildberechnung, die macht im Prinzip dieses ruckelige Kinobild mit 24 Bildern pro Sekunde, wie es auf der Blu-Ray, auf der Ultra HD Blu-Ray oder auch bei Netflix eigentlich hinterlegt ist, ja das immer so ein bisschen ruckelt bei einem Schwenk, das macht es eben flüssig. Analysiert also das Bild und rechnet eigene Bilder in Echtzeit dazu. Und so kann der Motionflow aus den 24 Bildern bis zu 120 Bildern erzeugen und das eben in Echtzeit. Das ist sensationell und funktioniert in einer unglaublichen Qualität. Der VW290 von Sony ist also eine wahre Bildmaschine. Er überzeugt auf ganzer Linie bei HDR mit viel Dynamik, viel Kontrast und durch das HDR-Tuning eben auch mit sehr viel Helligkeit und ist somit auch deutlich helleren Projektoren bei HDR-Wiedergabe überlegen. Er hat aber auch diese tollen Möglichkeiten, das Bild so angenehm und scharf hochzurechnen und das bringt natürlich super viel Freude auch mit der alten DVD- und Blu-Ray-Sammlung, die man hier in einer ganz neuen Qualität erleben kann. Also ein rundum stimmiges Gerät und eine wahre Bildmaschine. Und das zu dem Preis von unter 4.000 Euro ist eine absolute Gelegenheit für all diejenigen, die von dem nativen 4K-Projektor träumen. Den gibt es natürlich bei uns im Heimkino-Raum in eurer Nähe. Aufgebaut und vorführbereit. Vereinbart gerne und da unten steht im Link einen Termin. Da nehmen wir uns gerne die Zeit und schauen den mit euch mal gemeinsam an und finden auch für euren Raum und euer Budget die optimale Lösung. Alternativ könnt ihr wie immer uns auch anrufen. Wir beraten euch auch telefonisch und online könnt ihr den natürlich auch bestellen. Ich hoffe, das Video hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, bleibt gesund, ciao, servus und auf Wiedersehen.